Hallihallo und herzlich willkommen! Eine neue Folge Minecraft! Juhu! Und wir haben erst mal etwas zu berichten, oder ich habe etwas zu berichten und zwar haben wir hier herausgefunden warum das hier bestreikt, was wir eigentlich denken können. Am besten sieht man es von unten. So, wenn wir jetzt hier diese Dementia Transiva haben, die waren hier immer komplett voll, deswegen haben die dann keine Ruhe gekriegt. Aber da kann man hier einen Filter einstellen und ich dachte immer es gibt nur einen Sendenfilter, bis ich mal diesen Knopf gedrückt habe. Jetzt gibt es auch einen Receivfilter. Das ist hier das beides drin, bei allen Farmen. Jetzt sollten die ordentlich arbeiten. Problem ist trotzdem, wir haben keinen Zucker mehr. Wir haben jetzt hier zwar ein bisschen nicht erwartet, aber jetzt geht der Zucker natürlich alle. Heißt, da müssen wir noch ein bisschen produzieren. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen nachher. Ich wollte auch etwas anderes machen, genau. Ich wollte... ...craften und zwar brauchen wir da hier ein Sprechermodul. Ich habe festgestellt, dass ich... ich wollte eigentlich etwas anderes machen, aber dafür brauche ich die Biomstäbe. Obwohl eigentlich theoretisch könnte es auch anders funktionieren. Da bräuchten wir nur sehr viel Essenz hier. Wir haben ja dieses tolle Gerät hier. Wo ist es da? Das sollte eigentlich auch... Aber wir machen trotzdem erstmal hier das Speichending. Und die Essenz hier überhaupt speichern können. Oder noch mehr Essenz hier auch. Hier sind so viele Wohlen-Burries. Was können wir damit machen? Nix. Wollt ich mal raus? Vielleicht... ...dreck ist blöd. Also load any eye kann man dort nix machen. Das ist schön. Freut mich sehr. Und wir machen jetzt erstmal was hier. Ähm... Wenn da wir gleich so ein 64Ks Deutschmodul machen. Da muss ich mal gucken. Ähm... Das ist nicht billig. Wir brauchen schon ganz viel Salis Mundus erstmal. Und ganz viel... Essenz. Da haben wir aber genug. Nehmen wir, was wir am meisten haben. Und die hier. So. Moment. Mein Oyo. Bäh. Ich hasse das, wenn das Oyo. Kennt ihr das? Mh... Das ist halt irgendwie immer, wenn ich... ... mein Headset aufhabe. Keine Ahnung warum. Aber es ist nur an die Seite. Wenn ich an der gestellt wird es ja auch an der Seite. So. Erstmal damit anfangen. Oh Gott. Wir brauchen Logik-Prozessoren. Brauchen wir die weiter? Ne. Wir brauchen dann Calculation. Okay. Machen wir erstmal Logik. Craft. Wir brauchen ganz viele. Dann wollen wir eben mal 30 machen. Und wir brauchen... Ja, welche waren das jetzt? Ne. Die Calculation. Calc. Auch da sagen wir mal. Mal 20. Und beides sollte jetzt arbeiten. Hoffe ich. Bin ständig. Ja, aber sieht gut aus. Ja. Da muss er jetzt wahrscheinlich nachher warten. Weil da habe ich ja noch eine Maschine wollte ich reinpacken kann. Oh oh. Ähm. Gib mir mal. Oh ja. Was? Nein. Dämliches Scheißding. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den abfackeln. Und wo... Ich krieg diesen ollen dämlichen... Menneke. Da ist es natürlich scheiße. Und wir sollten mal hier... Da erstmal sicher. So. Dann habe ich schon gesehen. Wir brauchen... Die Zertus Quarzkristalle. Na, hoffe ich. Haben wir so. Ähm. Ja, und die Essenz. Hm. Stimmt ja. Ja. Wir machen einfach noch viel davon. Und parken die erstmal da drinnen. Muss ich die nachher nicht nochmal da reinlegen. Außer ich vergesse natürlich, dass ich die gemacht habe. Soweit so gut. Ich brauche nur noch die Prozessoren. Oh warte mal. Hier ist was gewachsen. Ich mache jetzt mal keinen Aum. So ein riesen Baum. Da wird es doch ein Sätzchen bei rumkommen. Oh ne. Das machen wir weg. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Sätzchen gekriegt. Ähm. Ich spreche mal in den Tragkuchen. Doch. Vier Stück sogar. Wow. Also. Bisschen. Bis jetzt her läuft das ganz gut. Ich weiß nicht, was der Panda sich da so beschwert hat. Nein Spaß. Ich hatte ja bei dem Einbau auch kein einzigen. So. Haben wir das wieder erledigt. Jetzt kann es mal dahin. Die Prozessor. Er arbeitet noch. Mir auch. Da wartet natürlich, dass die erstmal fertig werden. Ähm. Es könnte sein, dass wir keine Silikon mehr haben. Ja. Wir müssen da erstmal kraften. Damit wir. Das Silikon kriegen. Mit dem Glück können wir das. Denn wir haben. Mehr als genug CPUs. Gott sei Dank. Es wäre echt. Schlimm geworden. Wenn das anders wäre. Wenn wir nicht genug CPUs hätten, dann wären wir doch jetzt wieder per Hand. Oder die anderen canceln müssen. Und so kann das alles schön dem Beilaufen. Perfekt. Das dauert bloß natürlich wieder ein bisschen. Hier diese Bionen rund. Ja. Na gut. Aber wir können ja während des da arbeitet gucken, ob ich das hinkriege mit dem Ozean Biom, das wir brauchen werden. Ob ich das mit Zaunkraft hinkriege. Ähm. Ach ne. Das war ja hier. War es bei den Apokryphen mit drin? Nein. Wittchen Gadgets oder sowas glaube ich. Ja. Da ist es. Derzeit. Tiger. Dungen. Hölle. Nein. Kein Ozean. Gut. Dann muss ich. Ach verdammt. Kurz Pause gemacht. Ich hasse das. Ganz ehrlich. Gucken wir mal hier. Der sollte bald fertig sein mit den. Die hat er auch gleich fertig. Sehr schön. Dann holen wir uns doch mal die Logikprozessoren raus. Und das so rein. Also wir brauchen für diese drei Stück. So. Inzwischen ist natürlich. Da will ich dir eine Klamotten anziehen. Ne. Das ist auch noch. Heute ist der Teufel in der Aufnahme drin. Ah. Ich habe auch diese vier Dinge langgekraft. Und das noch mal. Ganz schön was abgezogen. So. Warte hier mal kurz so. Ordnung. Questbuch kann erstmal auch rein. So. Jetzt kann man uns das holen. Einfach eher drücken und haben die Sachen an. Und dann gehen wir wieder zurück. Mal gucken mal. Oh. Es war 41. Was hat hier eigentlich die Energie? So ist voll. So voll. Oh. mehr als super. Geht das nicht mit dem. Äh. Ist jetzt das Spiel abgestürzt. Na toll. Also sorry. Ja. Das ist weg. Connection lost. Mit doch nicht die Aufnahme unterbrechen. Hoffe ich. So. Hoffe ich. Und. Äh. Würdest mich jetzt verarschen. Also Server ist da. Nur ich bin jetzt wahrscheinlich verbacken. Und jetzt hier nicht mehr raufkommen. Dann habe ich eben. Nein. Jetzt bin ich nicht mehr da. Vielleicht sollte ich. Ich dieses Ding aus der Hand legen. Wenn ich Sachen angucke. Na da ist aber schon mal 100. Maximal gehen ja nur 150 rein. Das war echt schade dass dieser Biomwandler. Wo ich diese paar Biome machen kann. Ich könnte ruhig mehr. Also die Maschine. Das war ja echt mein Dessert. Cool Tiger. Vor allem Winter is coming. Nein. Schön. Dschungel. Hallo. Mushroom Island. Painted Lands. Ach er zeigt da wieder oben die. Die sieht nicht an. Die auch immer herrlich. Ähm. Was ist denn hier? Nein. Mach nur so ein 1, 2 aus. Hm. Gut so nix ist nix aus. Gut. Wann ist voll. Danke. Na jetzt mal da rein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das heißt wir können jetzt 3 davon machen. Damit einen hiervon. Und aber 3 davon insgesamt. Heißt ich muss jetzt nochmal. Und nochmal. So. Und auch die ganzen Dinger auch gebraucht. Gut. Das hätten wir. Dann brauchen wir noch mehr Essenzen. Und wir brauchen die Kalkonditionsprozessoren. Dann brauchen wir noch Schwarz Glas. Okay. Hm. Ah, wir können das so kommen. Das ist schön. Start. Dankeschön. So. Das kommt in die Mitte. Die kommen da hin oder da hin. Okay. Gut. Das heißt es wieder. So. Nicht. Brauchen wir einen anderen Prozessor. Ja. Engineering. Okay. Endshaft. Was ist denn hier los? Warum schmeißt mich das Server dauernd weg? Ja runter. Was ist denn das heute? Ah. Jetzt wird es aber sein Server echt gekostet. Ne. Ich darf nicht. Server war noch da. Warum werde ich dauernd vom Server gekickt heute? Da liegt es hier in dem Crafting. Keine Ahnung. Sonderweise habe ich jetzt hier wieder. Das. Und wieso ist das jetzt hier auf einer Seite? Verstehe ich es nicht. Achso. Und wir haben das gar nicht gecraftet. So. Kurz schließen. Abwarten ob wir wieder fliegen. Ist ja echt seltsam heute. Das hatte ich noch nie. Dass ich ein einziges Mal geflogen war. Das hatte ich schon mal. War doch nicht am selben Tag. Zweimal miteinander. Ähm. Wie wird das geschrieben? Ach mit I. Ach ja. Mach mal zehn Stück. Das ist echt seltsam. So langsam. Ist das Modpack doch richtig am Arsch glaube ich. Na. Noch vier. Drei. Zwei. 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 Ich glaube wir müssen dann noch welche machen. So. Guck mal her. So. So. Und so. So. Und so. Ach nee. Jetzt brauchen wir das Saudis Mundus. Ah. Stimmt. Das heißt. Die können schon mal so. Ähm. Und Schatz. Weiß nicht mehr wie das war. Hier rein. Ja. Ähm. Machen wir mal. Gucken wir mal ob wir so viel machen können. So. So. Hier arbeitet auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ach ja. Ich stelle dich mal vor wir hätten nicht das System von Applied Energistics. Wie anstrengend das wäre. Na. Komm schon. Wir nehmen uns schon mal die 15 hier raus. Dann kann er ja weiter produzieren. Packen die da rein. rein. Dann wird noch gleich hier rein gehen können. Aber egal. Lassen die schon mal umwandeln hier. So. 15 Stück. Ach. Da werden wir wahrscheinlich noch mehr machen müssen. Oder? Ach nee. Wir brauchen ja. Jetzt nur noch drei. So. Dann werden wir wahrscheinlich noch mehr machen müssen. So. Mach ich jetzt den. Auch so. Nur statt dem kommt nur noch Salis-. So. Tööö. Jetzt können wir. Das können wir da drin machen. Okay. Also hier drin. Machen wir die noch mal da rein. und den hier und haben eine für die sich das deutsche und rein da jetzt können wir hier da ein angesaugt jetzt können wir wieder ein bisschen ist jetzt ja ein paar wurzeln herstellen du kommst mal her bei den schwarz da rein jetzt haben wir das soweit war ja gar nicht so schwer und dann würde ich sagen bis ich die quest gemacht habe also hergestellt habe wo man das wird ja nicht leicht für die wir oben dinge ich muss mal gucken wie das macht was für dafür bezahlen soll ich sehe da hinten schon wieder was rumstehen ich fliege weil ich kein worauf dass mich haut nicht weil der schaden macht diese ends auftauchen ist auch so ein bisschen mehr ich meine ok wir kriegen antics weiß noch nicht noch mal macht kunde und und haben wir hier noch mal was ist das natürlich nur das hier gelotter Zeug, ich will kein Zeug los, jetzt mal Ruhe das Horchshornholz sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus muss ich sagen, da läuft halt noch einer rum Alter die Spawnden eindeutig zu häufig aber viel zu häufig weg damit haben wir das erstmal, ich glaube, dann machen wir doch jetzt einfach mal hier Ende mal gucke ich, ob ich die Quest machen kann wenn da was einfällt zu warum ist da oben Holz sehr seltsam und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und dann können wir vielleicht schon damit loslegen mal gucken also, heute sehr frühes Ende mal gucken, wie das ankommt bei euch, wenn ich eine kurze Folge mache und dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge danke fürs Zusehen tippe 10 tippe 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 tippe